Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Schwarzer von Sherlock Holmes und in diesem Video möchte ich mich etwas kürzer fassen. Ich habe mir die Sendung Anne Will vom 28.03. mit Angela Merkel angetan. Das war für mich eine Stunde lang, eine gute Stunde lang, wirklich Körperverletzung. Ich habe es aber durchgestanden und ein paar wirklich interessante Eindrücke sammeln können. Hier gehe ich jetzt nur auf einen ganz kleinen Punkt ein. Zu dem Rest mache ich noch mal ein extra Video. Das lohnt sich wirklich. Aber hier und jetzt möchte ich nur ganz kurz unsere Bundeskanzlerin zu Wort kommen lassen und natürlich auch unseren Gesundheitsminister. Und dann könnt ihr mal sehen, wie abgestimmt diese politische Führung ist, wie großartig die beiden zusammenarbeiten und dass wir hier gut aufgehoben sind. Aber lassen wir sie kurz zu Wort kommen, dann wisst ihr, was ich meine. Bitteschön, ihr beiden. Eigentlich soll das Testen der Senkung der Fallzahlen dienen. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss erst mal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100 Prozent genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runter geht und sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben sie auf einmal viel mehr Falsch-Positive als tatsächlich Positive. Das sind so die Dinge, mit denen man dann sozusagen erst konfrontiert wird, dann auch in der weiteren Folge und die Erkenntnisse. Und deswegen macht es schon auch noch Sinn, wir machen das Angebot mehr zu testen. Das geht jetzt auch, aber nicht einfach nur wild jeden Tag zu testen, sondern wenn dann schon auch mit einem gewissen Ziel. Ja, das ist doch mal zutiefst beeindruckend, wie hier im Gleichschritt gehandelt wird, wie hier messerscharf analysiert wird. Absolut identisches Denken, absolut identische Ansichten. Da ist man beim vermeintlichen Wellenreiten, Viruswellenreiten bestens aufgehoben. Wir werden von einem abgestimmten Team, von einer abgestimmten und synchron agierenden politischen Führung gelenkt und geleitet durch diese schwerste Krise aller Zeiten. Und ja, jeder kann sich seine eigenen Gedanken machen, was man davon halten soll. Ich möchte dieses Zugkolle nochmal abgekürzt zum Abschluss euch einspielen. Und dann verabschiede ich mich auch schon und wünsche noch eine schöne Woche. Ich melde mich dann mit dem ausgearbeiteten nächsten Video zu dem Thema zurück. Alles Gute, euer Schorse, macht's gut. Eigentlich soll das Testen der Senkung der Fallzahlen dienen. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel falsch Positiver haben.